Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist der Walking Dead-Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Michael, der andere Nerdizist. Hallo. Hallihallo. Heute besprechen wir das Mid-Season-Finale. Es gibt ja in Serien von heute immer was zu feiern. Und heute besprechen wir also das Halbfinale einer Staffel, nämlich der achten Staffel, einer Staffel, die durchaus anders war, neu war, ein kleines Reboot, ein großes Reboot. Und wir werden das besprechen und dazu haben wir uns noch jemand eingeladen, dessen zartes Stimmchen ja schon aus einem unserer Star-Trek-Podcasts gehört hat. Hier ist nämlich der Andreas vom Discovery-Panel. Hallo, Andreas. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe sogar geschafft, dich anzukündigen, ohne irgendwelche Trischer-Helfer-Gags zu machen. Michael. Danke dafür. Wo kann man uns denn noch finden? Ja, äh, äh, ähm, etwas räuspern, äh, 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 ähm. Also, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch unsere ganzen Podcasts findet, unsere ganzen Serien, so wie diese Serie. Aber wir haben auch einiges anderes, wie die West-Nerds, die Track-Nerds, die Game of Nerds, Nerdplay und die Nerdizismus-Singles. Und ihr seht schon den roten Faden, der geht überall durch. Alles Nerds, die über was labern, wie Westworld, Star Trek, Game of Thrones und Cosplayer-Sachen. Da findet ihr nicht nur die ganzen Serien, nein, ihr findet auch die ganzen Links zu uns und Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vero haben wir nicht verlinkt, aber da sind wir trotzdem dabei. Da könnt ihr uns gerne das Feedback auf die ganzen Episoden schicken oder ihr schreibt uns an info at nerdizismus.de. Aber vorher wollt ihr uns ja auch schon mal hören und dafür klickt ihr einfach auf den großen roten. Aktuell ist er grün, aber sonst ist er rot, Abonnieren-Button. Und dann wird dieser Feed von unserem Podcast in eurem Podcatcher reingeladen und dann hört ihr uns. Oder ihr geht einfach auf die großen Portale wie Spotify oder iTunes, sucht nach Nerdizismus und dann findet ihr uns einfach da. Und das war es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Hat eigentlich der UX-Designer in dir jetzt einen AB-Test gemacht, dass du also jetzt mal den roten Button gegen den grünen ausgetauscht hast, um zu gucken, ob mehr Leute auf Abonnieren klicken? Nee, das ist nur ganz doof, weil wir haben dieses Tool Elementor bei uns laufen und gleichzeitig verträgt sich das nicht so mit dem Podlove-Plugin, was wir haben. Heißt immer, wenn ich die Startseite bearbeite, muss ich erst mal Podlove deaktivieren. Dadurch ist der Abonnieren-Button weg. Muss ich ihn später hinzufügen und muss daran denken, den wieder auf rot zu setzen. Aber da ich es nicht gemacht habe, ist er jetzt aktuell noch auf grün. Und das Problem ist, da müsste ich wieder dran deaktivieren, draufpacken, rot machen. Und da hatte ich letztes Mal keinen Bock drauf. Deshalb ist er aktuell grün. Dieser Podcast richtet sich übrigens nicht nur an Nerds, sondern auch an Geeks offensichtlich. Ja, definitiv. Ehre, wem Ehre gebührt, lieber Andreas. Dein ganz kurzes Fazit zum Staffelfinale, bevor ich etwas auf die Handlung heute eingehe. Oder zur Staffel an sich. So, sag mal in drei Sätzen. Soft-Reboot gelungen, ja, nein? Ein Fazit am Anfang, Soft-Reboot gelungen, der Soft-Reboot hat er jetzt schon drei Folgen quasi gesehen. Jein, ein klares Jein von mir. Ja, guck mal, warum du Jein sagst, denn du hast gesagt, du möchtest bei Mid-Season-Finale unbedingt dabei sein. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Denn du hast gesagt, du hast Redebedarf. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Redebedarf hast. Erstmal rede ich, aber nur ganz kurz, weil die Handlung gibt jetzt nicht so viel her, dieser Folge. Deren Titel ich jetzt verdammt nochmal gerade vergessen habe. Evolution. Evolution, danke. Heißt du ja auf Deutschland auch Evolution? Gute Frage. Ich habe es immer noch auf Englisch. Auf jeden Fall greift das ja ein Bild der allerersten Folge wieder auf. Nämlich als sie im Museum sind und man da diese menschliche Evolution sieht und am Ende der Evolution ja der Walker stand. Da war das nur als kleiner Gag am Rande. Wir haben ein Geflüster. Geflüster heißt sie. Geflüster. Ah, guck an. Okay, das ist aber sehr frei übersetzt. Wir haben drei kleinere Handlungen oder eine große und zwei kleinere. Wir haben zum einen erstmal die Gruppe um Michonne, die also Magna und die neuen Leute nach Hiltop bringt und dann nach einer gefühlten Ewigkeit von drei Folgen dann da auch mal ankommt. Und der Empfang ist doch sehr frostig. Warum, wieso, weshalb, wissen wir immer noch nicht. Es muss irgendwas schwerwiegendes passiert sein, denn man begrüßt sich also auch nicht sonderlich herzlich und ja, alles geht so seinen etwas unterkühlten Gang. Eine kleine Nebenhandlung macht sich auf um Henry, der offensichtlich in Enid verliebt ist. Die hat allerdings irgendwo den coolen Quarterback von Hiltop gerade an der Angel, deswegen ist er etwas frustriert und hat nichts Besseres zu tun, als sich mal ganz gepflegt mit selbstgebranntem Mutschein zu besaufen. Was auch fürchterlich in die Hose geht, dabei trifft er sich noch mit ein paar anderen Jugendlichen im Wald und die halten einen Walker in einer Grube gefangen. Und dazu kann der Andreas gleich nochmal sagen, wozu das eigentlich ein Verweis ist. In guten Händen geht es ja nicht gut, der nüchtert sich dann einmal in der Ausnüchterungszelle aus. Es gibt einen zweiten Strang in Alexandria, nämlich Gabriel, der seine wöchentliche Sitzung mit Negan hat. Und diese Geschichte entspinnt sich irgendwie ganz interessant, denn der Negan scheint in seiner Zelle jetzt ja neuerdings mit Aussicht auch ein paar Gespräche von Rosita mitzuhören und suggeriert dem guten Gabriel, dass bei Rosita vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint. Und Gabriel knallt die Zellentür zu und geht dann seiner Wege und will den guten Negan auch nie wieder sehen. Dann haben wir einen zweiten oder einen dritten Handlungsstrang, der dreht sich eigentlich um Jesus, um Daryl und um Aaron, die auf der Suche nach Eugene, denn man hat Rosita verletzt im Wald gefunden, auf die Suche nach Eugene begeben und dann auf die neue Herde treffen, auf die vermeintlich neue Herde und dann feststellen, dass diese irgendwie gar nicht so doof sind wie die anderen. Der gute Eugene hat die Theorie, naja, wenn das Hirn weiterhin aktiv ist, auch bei einem Walker, dann könnte sich es ja auch weiterentwickeln, aber wie wir ja schon als wissende Zuschauer wissen, ist das ja gar nicht so. Auch in der Folge kommen die Gruppe dann zu dem Schluss, dass es gar nicht so ist, auf der Flucht von diesen doch auf einmal sehr intelligenten Walkern, die sich auch von Geräuschen nicht mehr ablenken lassen auf einen, ich habe es im Vorgespräch gesagt, auf einen Friedhof, der aussieht wie direkt von einem Hammerfilm-Filmset entsprungen und nach einem kurzen Gemetzel unter den Walkern scheint man geflüchtet zu sein, doch der Jesus muss noch eine kleine Solo-Kung-Fu-Aktion einlegen, möchte den letzten Zomba in einem Finishing-Move, Fatality, erledigen, doch der duckt sich weg und ersticht dann den guten Jesus, welcher in dieser Folge das Zeitliche segnet. Da habe ich mir noch gedacht, das sind auch mit Abstand die dämlichsten Rüstungen, die jemals einer geschmiedet hat, weil die nämlich nur vorne Rüstung haben und hinten nicht, aber sei es drum und der gute Jesus ist dann tot. Dann ist sie großer Trauer, aber die Trauer ist nur von kurzer Dauer, denn man stellt fest, dass der Walker, der den Jesus erstochen hat, gar kein richtiger Walker ist, das ist nämlich ein Mensch, der eine Walker-Maske trägt. Finale, Cliffhanger, drei Monate warten. Michael, was sagst du denn zu dem Staffelfinale? Ich muss ja sagen, mir hat es echt gut gefallen. Klar, also gut gefallen, alles relativ bei Walking Dead, weil wenn man mal diese Teenie-Geschichte außen vor lässt, der wirklich das Dümmste von Dümmen ist und unsere Theorie bestätigt, dass Teenager oder Kinder in solchen Serien immer die Idioten von vornherein sein müssen, wenn man das mal weglässt, war es eine ganz nette Episode, die mehr Horror war, als Walking Dead in langen, langen Jahren war. Und was auch wirklich gut funktioniert hat, und das mochte ich früher an Walking Dead, dass sie auch so ein bisschen Horror-Elemente drin hatten. Man hat sich wirklich, weil es so ein bisschen Mysterium war, was ist denn dieses Geflüster, was ist denn mit diesen Zombies los? War es wieder spannend und ich war etwas enttäuscht, dass ich so viel weiß im Vorhinein über das, was denn da kommt, beziehungsweise wer die sind. Weil wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich sehr überrascht gewesen, was auch ein ziemlich cooles Ding war. Gut, der Tod von Jesus war jetzt in zwei Episoden extrem angekündigt worden, also man hat es ja schon vom Bildschirm ablesen können, dass entweder er oder Aaron gleich das Zeitliche segnen. Von den Klischees mal abgesehen, ich fand das mal eine richtig gute Walking Dead-Episode wieder. Ich fand es auch eine gute Walking Dead-Episode, da ich ja den ganzen Kram in dem Fandom nicht so verfolge, kann man mich noch etwas überraschen. Also nicht mehr mit den Wisperern, das natürlich nicht. Aber dass Jesus das Zeitliche segnet zu diesem Zeitpunkt, war im Laufe des Kampfes dann irgendwo abzusehen, zu sehen, aber habe ich am Anfang der Folge jetzt so nicht vermutet. Da dachte ich irgendwie so, ach, guck mal, ausgerechnet der. Ja, aber wir hatten doch das ganze Gespräch. Wir hatten ihn auf unserer Liste für die Staffel, aber noch nicht jetzt. Ja gut, aber wir haben es ja schon irgendwie, ich glaube auch in der letzten Episode gesagt, Jesus hat sehr viel Screentime bekommen und alles, was so gemacht wurde, hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob jetzt irgendwie ein Abschied stattfindet, weil so intensiv haben wir ihn in den letzten anderthalb Jahren nicht gesehen. Oder in den letzten drei Jahren war der Schauspieler jetzt, glaube ich, dabei. Und alles, was er immer mal bekommen hat, waren ein paar Nebensätze und ein bisschen Geplänkel mit den anderen. Aber so viel Screentime und so viel Dialoge war lange nicht. Und das ist für mich schon fast eine Ankündigung. Also man hätte es auch dahin deuten können, gut, kein Rick mehr da, also braucht irgendwer anders ein bisschen mehr Zeit auf dem Bildschirm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das diese typische Fokus auf einen Charakter, deutet seinen Tod an. Aber wir hatten auch die Bromance-Idee. Ja, das auch. Nichts draus geworden. Verdammt. Ja, aber es ist gerade genau wegen dieses Soft-Reboots natürlich auch die Möglichkeit, dass das eben als neuer Anführer angepriesen werden sollte. Und das wird ja auch so ein bisschen thematisiert. Ist er denn jetzt ein guter Anführer? Kommt er damit klar? Deswegen habe ich schon gedacht, okay, es ist eine interessante Figur und Tom Paine finde ich auch einen guten Darsteller. Also der sich ja auch öfter darüber beschwert hat, ja, warum wird denn meine Rolle eigentlich so vernachlässigt? Warum darf ich denn nie mehr als einen Satz sagen? Das heißt, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen gesehen. Das hat für mich schon ein bisschen wehgetan, dieser Tod. Was wiederum ganz positiv ist, weil in den letzten Staffeln hat mir selten mal ein Tod wirklich wehgetan. Also wenn ich da irgendwie an Sascha denke, diese Soniqua Martin-Green-Charakter, der Tod ist total heftig angekündigt worden, aber im Endeffekt war er doch relativ schmerzfrei, oder? Also ich habe da nicht mitfühlen können. Und ich habe das Gefühl, dass diese Staffel da ein paar Sachen ein bisschen besser gemacht werden, vielleicht wegen der neuen Showrunnerin, dieser Angela Kang, dass da Leute wieder so ein bisschen auch mit Emotionen versehen werden, wenn die tatsächlich hops gehen dann am Ende. Ist das jetzt alles der Angela Kang zu verdanken oder den schlechten Quoten? Wer weiß, es ist ja noch einiges anderes hinter den Kulissen passiert. Also ich schätze schon, dass sie gerade durch dieses Art Reboot, was sie versuchen, ein bisschen neue Energie da reingebracht haben. Und durch die ganzen Pläne, dass sie ja ein paar Filme vorhaben, da versuchen auch richtig Energie wieder reinzubringen. Das ist schon möglich, aber die Frage ist immer, es hat sich einiges verändert, finde ich, zu dieser Staffel. Und außerdem hat sich eben die Showrunnerin geändert. Der Scott Gimple ist raus, Angela Kang ist drin. Ich habe schon eben das Gefühl, dass man diese Handschrift so ein bisschen ablesen kann. Zumindest hat sich die Serie verändert, der Showrunnerin hat sich verändert. Da kann man ja irgendwie versuchen, so eine Korrelation drin aufzubauen. Naja, ich weiß halt irgendwie nicht so ganz. Wir haben ja eine Sache auch gerade noch nicht angesprochen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der Negan ist ja jetzt auch frei. Das ist ja auch eigentlich noch eine Geschichte, die hätte ja noch in meine Zusammenfassung gehört. All das zusammen enttäuscht mich ein bisschen. Mich enttäuscht es insofern. Also nicht dieses Staffelfinale oder Halbstaffelfinale, das war jetzt ganz nett. Es war auch mal wieder ein bisschen Horror, wie der Michael gesagt hat. Das fand ich auch ganz gut. Aber man hat so ewig gebraucht für diese Whisperer einführen. Und wenn man jetzt den Comics folgt und Negan jetzt schon frei ist, dann ist, Spoiler, die Anführerin von den Whispers, die Alpha auch relativ schnell das beiseite geschafft. Dann ist also Ende der Staffel mit den Whispers auch schon wieder Feierabend irgendwie. Das finde ich halt so. Also da wird so ein Mystery aufgemacht, um es nach drei, um es nach vier Folgen, fünf Folgen wieder abzusägen. Stattdessen plagt man sich noch eine Folge mit Saviors rum. Ja, aber soweit ich zumindest gelesen habe, weil ich bin auch nicht mehr so tief in den Comics drin, weichen die mittlerweile schon sehr von der Vorlage ab. Und wo auch die Frage ist, ob sie nicht wirklich komplett jetzt auf was Eigenes setzen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt hier gerade den Storystrang mit Negan da versuchen, vielleicht wieder was Eigenes zu machen. Ich weiß nicht, wie es in den Comics weitergegangen ist, aber es kommt mir jetzt nicht so vor, als würden sie die Whisperers aufbauen, um sie dann in acht Episoden wieder hinter sich zu lassen. Und dafür ist es jedenfalls aus der Sicht eines TV-Zuschauers ein zu großes Potenzial. Habe ich auch das Gefühl. Also ich glaube, in den Comics ist Jesus ja auch noch im Leben, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, auch da verändern sich so ein bisschen. Ich fand das aber mit Negan eigentlich eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie es da gerade im Dorf aussieht. Die ganzen Lieder sind eigentlich alle weg. Und wer noch da ist, sind auf jeden Fall die Kinder. Und wir wissen, Negan und Kinder, das ist immer so ein besonderes Ding. Der war ja irgendwie offensichtlich Kindergärtner vorher. Auf jeden Fall hat er eine sehr besondere Beziehung zu Kindern und kann gut mit denen umgehen. Und ich bin gespannt, was Michonne quasi erwartet, wenn sie wieder zurück nach Alexandria kommt. Dann ist Negan da und hat vielleicht schon Judith auf seine Seite gebracht, mit der er offensichtlich auch schon ein paar Mal geredet hat da am Fenster. Habt ihr die Vorschau für den nächsten Staffelteil gesehen? Ja, zum Teil habe ich das gesehen. Sollen wir dich spoilern? Gerne, gerne. Spoilert alles. Also man sieht auf jeden Fall in einer Szene, wie Negan in der Nacht rumläuft, wieder rumpfeift und scheinbar in dem Zimmer von Judith unterwegs ist. Es sieht alles sehr mörderisch aus, kann natürlich ein Versuch sein, den Zuschauer auf die falsche Fährte zu leiten. Deshalb, ich bin schon sehr gespannt, wie viel sich jetzt wirklich mit Negan getan hat. Weil, gut, wie viel Jahr war noch mal? Sechs Jahre sind wir weitergesprungen. Ja, wir haben es letztes Mal schon gesagt, es fühlt sich nicht an, als wären sechs Jahre vergangen. Und auch Negan, ich meine, sechs Jahre in so einer Zelle muss einen verändern. Aber gerade diese Gespräche mit Gabriel zeigen doch, dass sich scheinbar nicht so viel bei Negan getan hat. Was ich ein bisschen schade finde. Vor allen Dingen, dass Negan immer noch so gut unter die Haut von irgendwen gelangen kann. Wo sie doch mittlerweile wenigstens in sechs Jahren einiges gelernt haben müssten. Ja, diese Logik von Negan sitzt sechs Jahre lang in der Zelle, die müssen wir sowieso mal ein bisschen hinterfragen. Aber ich weiß auch nicht, ob man das so ernst nehmen sollte. Also ich meine, der ist sechs Jahre lang da nicht rausgekommen, ernsthaft? Also ist das was, was die uns erzählen wollen? Dann müssen wir auch über seine Haut sprechen. Warum ist die nicht total hell? Der hat ja keine Sonne bekommen. Durfte der niemals seine Beine vertreten? Das ist ja schlimmer als jeder Gefängnisaufenthalt hier in der realen Welt. Also so richtig verstehe ich das nicht. Aber ich fand es ganz schön eigentlich, dass diese, also ich habe zumindest das gedacht, dass dieser Ausbruch schon so ein bisschen angekündigt war. Weil er hat ja dann neuerdings seinen Baseball, mit dem er so ein bisschen spielt. Ist natürlich einigerseits vielleicht so eine Anspielung auf Lucille und den Baseballschläger. Auf der anderen Seite habe ich da sofort, also ich denke in diesen Szenen, wenn jemand in der Sitzung mit einem Baseball rumwirft, denke ich immer an Steve McQueen in gesprengte Ketten. Und der war ja der Ausbrecherkönig. Das heißt, ich habe in dem Moment schon gedacht, okay, ist das jetzt die Ausbrecherfolge? Weil er spielt ja mit diesem Baseball und der Baseball spielt dann ja beim Ausbruch auch wirklich eine Rolle. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass es ein Tennisball ist, zerstört das dann deine Theorie? Ein bisschen. Das war nämlich leider Tennisball. Aber immerhin wirft er mit dem Ball rum. Ja, der Ball. Er hat einen Baseballhandschuh, einigen wir uns da drauf. Ja, okay. Ja, ich meine, es ist Amerika, also muss es Baseball sein. Baseball kannst du alles rein interpretieren. Solange du es baust, wird er kommen. Habt ihr jetzt alle nicht verstanden, ist okay. Gut, nein, ist in Ordnung, ja. Alles gut, habt ihr nicht verstanden. Die drei Hörer da draußen, die es verstanden haben, Brüder im Geiste, Freunde, Brüder und Schwester im Geiste. Also, wie Andreas schon gesagt hat, natürlich sechs Jahre in so einer Zelle, da muss er auch körperlich einiges abgebaut haben, was er jetzt natürlich nicht hat. Es soll uns suggeriert werden, er wäre die ganze Zeit da drin gewesen. Und er zögert ja auch so ein klein bisschen, weil er sich nicht sicher ist, ist die Tür jetzt auf? Soll ich jetzt rausgehen? Ist das jetzt eine Falle, die mir gestellt worden ist? Soll ich es wagen? Also, ich habe schon fast kurz gedacht, als er da draußen war, dass er jetzt umkehrt und sich wieder hinsetzt. Ja, hätte auch was gehabt. Und es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, dass sie ihn wieder einsperren erst mal. Dass diese Geschichte, Negan kämpft gegen die Whisperers, wenn die offensichtlich im Comic vorkommt, dass die noch ein bisschen nach hinten geschoben wird. Also, Negan ist ein entscheidender Teil im Kampf gegen die Whisperer. Er wird auch in den Comics freigelassen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, von wem, wieso, weshalb. Da ist es, optisch sieht es fast gleich aus. Also, auch die Kameraeinstellung war fast ähnlich. Da gibt es also noch einen ganzen Plot, der daran anschließt. Und es ist auch, wie gesagt, so, dass er also Alpha, die Anführerin der Whisperers, tötet. Daraus entspinnen sich noch mehrere. Alpha hat eine Tochter, die verliebt sich dann in Carl und Carl in sie. Dann haben wir ja im Trailer jetzt schon diesen Beta gesehen. Der wird gespielt, der auch den OP spielt, in Sons of Anarchy, in Schauspielern, habe ich gerade vergessen. Also, das ist schon noch relativ komplex, diese ganze Geschichte. Deswegen hoffe ich ja, dass es ein bisschen weiter geht, über diese Staffel hinaus. Muss jetzt nicht zwei komplette Staffeln sein, aber ich denke mal, man wird ja wieder auf ein Cliffhanger-Finale hinarbeiten müssen. Und das wird dann wahrscheinlich schon so sein, dass wir die Auflösung dieser Whisperer-Story in dieser Staffel noch nicht sehen werden. Nee, also ich glaube, die Whisperers werden noch weiter, ich denke, sie werden ähnlich wie Negan eingeführt. Weil Negan war ja auch immer so eine bedrohende Hintergrund, eine halbe Staffel lang. Und ich glaube nicht, dass wir sofort erfahren, was die Whisperers sind oder so viel in die Welt einsteigen. Weil, was uns noch komplett fehlt und was angekündigt wurde, dass das in den nächsten acht Episoden so ein bisschen geklärt wird, was denn eigentlich in diesem Timejump so passiert ist. Also wir werden, glaube ich, mit einigen Flashbacks erst mal zu kämpfen haben. Boah, das wird wahrscheinlich dann wieder drei Folgen einnehmen. Oh Jesus. Das ist ja, ich finde es aber schon interessant, also als die da in Hilltop ankommen, diese Gruppe da, um die ganzen Leute, deren Namen ich mir noch nicht so richtig merken kann. Es sind aber auch extrem viele Schauspieler, oder? Es ist ein extrem großer Cast. Ich habe mir 70 Leute aufgeschrieben, die mittlerweile Namen haben. Ja, ist unglaublich. Aber ich finde da diese Situation, wie die ankommen in Hilltop, ganz spannend eigentlich. Also offensichtlich hat ja Michonne irgendwas gemacht. Ich habe bis jetzt immer gedacht, Maggie hätte irgendwie über die Stränge geschlagen, weil sie ja irgendwie vorher auch so über die Stränge geschlagen hat und hier Gregory da gehangen hat und auch Earl ziemlich stark bestraft hat irgendwie. Na gut, also gut, er wollte sie auch umbringen, aber trotzdem. Und dann wird es aber trotzdem irgendwie so gezeigt, als hätte Michonne irgendwas gemacht. Und Michonne ist jetzt auch die Aggressorin irgendwie in diesem ganzen Zusammenhang. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, also es ist ja offensichtlich irgendwas. Also hast du vollkommen recht. Ich meine allein die Szene, war das jetzt in der Folge oder in der anderen Folge, als die zu Hilltop geritten sind und gesagt haben, irgendwie irgendwer gerufen hat, Riders coming, Riders coming, Riders coming. Da kommt jemand und die alle offensichtlich in Panik sich versteckt haben, als ob sie tierisch Angst davor, vor den Leuten hätten, die jetzt da auftauchen oder irgendwas ganz Bedrohliches erwarten. und ja, keine Ahnung, es scheint, also ich vermute, dass es irgendwas mit der Suche nach Rick zu tun hat oder dadurch, dass mich schon nicht daran festhalten kann, dass Rick vielleicht tot ist. Aber sie haben ja, also die ganzen Communities, beziehungsweise Hilltop hat ja scheinbar tierisch Angst vor dem, was da aus Alexandria kommt. Ja, und da frage ich mich, was haben die gemacht? Ja. Hat irgendwer von euch eine Ahnung? Nein. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was mich schon gemacht haben könnte, weil die erscheint für mich so als die große moralische Instanz eigentlich bei der Nummer, auch wenn sie so ein bisschen paranoid natürlich ist. Es muss wohl ein Zerwürfnis mit Maggie irgendeiner Form gegeben haben. Dann haben wir ja auch noch dieses Rätsel mit den identischen Narben, die sie und Daryl ja haben. Ja, stimmt, diese X-Narben. Also da gibt es noch einiges, was man da in diesem Flashback sehen wird und sehen kann. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie so einen kleinen Teil, was mit den restlichen Saviors ist. Was macht eigentlich Oceanside die ganze Zeit? Sind die eigentlich aufgegangen in den ganzen Communities? Haben die noch ihren eigenen Ort? Das weiß man ja alles so gar nicht. Also Oceanside gibt es noch. Das haben auch irgendwelche Produzenten oder so. Irgendwer im Interview hat es bestätigt, dass Oceanside noch existiert, aber bisher noch keine Zeit war, wieder in Szenen zu Oceanside zurückzukommen. Auch vom Kingdom haben wir sehr wenig gesehen. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ich brauche da jetzt keine Erklärung für, aber was ich jetzt ja auch erst mal Gott gegeben, also Drehbuchautor gegeben hinnehmen muss, ist, dass jetzt Ezekiel und Carol den Henry als Sohn adoptiert haben. Ja, wobei sich das ja so ein bisschen angedeutet hatte, als seine Eltern gestorben waren. Und der war ja so ein bisschen hilflos irgendwie. Ja, ich sage mal, da brauche ich jetzt keine Erklärung für, aber das sind ja alles solche Dinge, die da, ich muss auch einfach, ich werde auch mit einem Kameraschnitt drauf gestoßen, oh, der hat sich in Enid verliebt. Okay, kaufe ich jetzt dann so, ja. Standard verliebte Kameraeinstellung. Naja, aber das, klar, das ist ein Teenager. Ich meine, als Teenager hat man nicht schon mal irgendwen gesehen damals und dachte selber, oh, nicht schlecht und hatte so einen kleinen Crush. Ja, aber Enid hat sich ja den schönsten Savior überhaupt geschnappt. Den lieben Alden. Ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, weil ich den sonst niemals mehr... Ich habe ihn einfach Quarterback genannt. Ja, genau, der Quarterback. Wobei er dafür ein bisschen schmächtig ist, ne? Das ist mehr so der Schönling. Ich glaube, als Quarterback musst du jetzt auch nicht so die Granate sein. Apropos schmächtig, wo du sagst, die haben sich nicht verändert und viele Dinge ändern sich ja gar nicht und so viele neue Leute und so ein großer Cast. Wir hatten ja vorhin auch, oder in der letzten Folge ja auch gesagt, der Luke ist halt auch so das Quotenmoppelchen. Das sind halt so viele Inkonsistenzen, wo du gesagt hast, jetzt gerade eben mit, wie unmenschlich das wäre, Nigen so in der Zelle zu halten. Dann denke ich mir so, ja, und Schokoriegel gibt es anscheinend auch bis zum Verrecken. Also so ganz, ganz viele Dinge, die da irgendwie so in dieser Welt ein bisschen unstimmig sind. Ja, der Eugene ist ja jetzt dünn geworden. Ja. Und deswegen müssen jetzt Jerry und Luke den Adipositas-Quoten noch genügen. Aber ich weiß nicht genau, was das soll tatsächlich. Also die müssen sehr, sehr viel zu essen haben. Also gerade Luke, der in dieser Gruppe unterwegs war, die im Prinzip immer suchen mussten, was sie gerade so finden. Genau das stört mich an der Sache. Genau das stört mich an der Sache. Aber ich habe sehr gelacht, als sie in Hiltop ankamen und dann so ein bisschen geklärt haben, was denn da eigentlich Sache ist, weil diese Gruppe so schön darauf reagiert haben, auf den Namen Jesus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das bemerkt habe. Wie, okay, Jesus ist euer Anführer? War nicht großartig. Also damit hat man mein Humor-Zentrum auf jeden Fall getroffen. Ja, weil es auch noch kein anderer angesprochen hat, so, ne? Ja, genau, eben. Wer hat denn Negan rausgelassen? Theorien? Es war ein Versehen. Versehen? Ich glaube auch. Gabriel war besorgt um Rosita, weil Rosita ja irgendwie krank ist. Und Gabriel ist ja jetzt der große Womanizer und jetzt extrem verliebt in Rosita. Und offensichtlich ist er dann unter seiner ganzen Sorge rausgestürmt, hat vergessen abzuschließen. Was natürlich auch wieder so ein Klischee ist, weil gut nach sechs Jahren kann es vielleicht einmal passieren, aber das jetzt genau da passiert, ist Bildschirm-Convenience, Story-Convenience. Aber kann man so mitnehmen, vor allen Dingen, weil es Negan eine Chance gibt, auch mal mehr zu tun, als da nur rumzusitzen. Also ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Weil ein Schloss, das aus Versehen offen gelassen wird, wird kameratechnisch seit 350 Millionen Jahren anders in Szene gesetzt. Ja, gut. Ja, also du meinst, es sind noch Saviors, in Alexandria da die Negan wieder an der Macht sehen wollen. Entweder oder von den Whisperers schon infiltriert oder Judifers, aber ich glaube nicht, dass es Dummheit war. Weil dann hätte man, also der Gabriel schlägt das Tor schon zu, das habe ich wohl mitbekommen. Aber dann, A, ist noch die Wache da, die ist ja auch noch da, als der Gabriel schon geht. Das heißt, der könnte es gewesen sein. Oder man hätte das eben so inszeniert, damit der Zuschauer es mitkriegt, dass das Schloss offen bleibt. So macht man das. Ja, man weiß es meistens nicht bei Walking Dead, ob es jetzt Absicht ist oder ob es jetzt übersehen wurde. Also nach sechs Jahren, ich bin mir da nicht so sicher irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass die Saviors auserzählt sind und dass da auch nichts mehr kommt. Ich habe das, also die Carol durfte ja nochmal kurz ein bisschen Saviors abbrennen und ich glaube, das waren die Letzten. Also ich habe immer zumindest das Gefühl, dass das die Letzten waren, die sich wirklich als Saviors bekannt haben beziehungsweise also als böse Truppe der Saviors. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie so in den Gemeinschaften aufgegangen. Ja, also Saviors gibt es keine mehr. Also das waren noch keine Saviors. Entweder es haben sich schon Whisperer irgendwie eingeschlichen oder Judith war es. Judith? Ja, aber wie soll die denn da unten hinkommen? Die wird ja wahrscheinlich nicht da reingelassen. Vor der Zelle, ja. Aber, also draußen, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Michonne es zulässt, dass die da unten reingelassen kommt. Hallo, ihr Name ist Grimes. Judith Grimes. Wer sich so vorstellt, kommt überall rein. Ja. Die Tochter des Erlösers. Obwohl ist sie ja gar nicht, genau. Ist ja eigentlich die Tochter von, wie heißt der nochmal? Season One-Typ. Shane. Shane. Genau, Shane. Da hatte ich eigentlich das letzte Mal komplett vergessen, die Grimes-Sippes eigentlich komplett ausgerottet wurden jetzt. Nein, es gibt doch noch das Kind von Michonne und Rick. Ach so, ja. Ach so, RJ. Ja, bei RJ weiß ich immer noch nicht, ob die das nicht irgendwie so hinbiegen, dass das nur eine Einbildung von Michonne ist. Also, ja, in dieser Folge wird Michonne ja extra nochmal von Tara, glaube ich, auf RJ angesprochen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, es könnte auch tatsächlich so ein eingebildetes Kind von Michonne sein. Ja, wir sehen es nicht wirklich, ne? Ja, wir sehen es schon mal kurz, aber niemand interagiert mit dem Kind, außer Michonne. Ja, deshalb, also, ich musste mich zurückerinnern, als ich drüber gesprochen habe. Aber ich hatte es auch erst nicht kapiert, weil wir so wenig von dem Sohn sehen, dass da ein Sohn ist. Weil ich auch nicht mehr hundertprozentig immer meine Aufmerksamkeit nur auf die Episoden richte. Aber ich finde, er ist schon, er Sohn ist schon sehr im Hintergrund. Und könnte ein Hinweis darauf sein, glaube ich, aber ehrlich gesagt eher nicht. Also, jetzt, wo ihr sagt... RJ soll schon Rick Junior heißen, oder? Ja. Oder verstehe ich das falsch? Ja, Rick Junior, ja. Okay. Aber jetzt, wo ihr es sagt, also, beziehungsweise, wo du das sagst, Andreas, also, ich habe da... Ja, mir ist aufgefallen, dass dieses Kind kein Thema ist. Also, nicht ausgesprochen. Irgendwie. Es ist halt da. Ach, Einbildung, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Dafür ist es, glaube ich, zu subtil gemacht bei Walking Dead. Du traust Walking Dead gar nichts mehr zu. Nein, nein, ich traue es Ihnen nicht zu. Dafür hätten die ersten Reboot-Episoden, vor allem die erste Hälfte der Staffel, besser sein müssen, damit die solche cleveren Twists hinbekommen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Kameraeinstellung Schloss in Negans Zelle bleibt offen, einfach von irgendeinem dämlichen Cutter rausgeschnitten wurde. Wie auch die vorletzte Folge im Schnitt verhunzt wurde. Also, ja, man weiß es nicht. Ich habe das, ehrlich gesagt, noch nicht mal in dem Moment kapiert, als Negan auf das Schloss geguckt hat, dass das offen war. Aber ich hatte gesehen, dass er offensichtlich irgendwas gesehen hat, aber ich habe das nicht gesehen. Es hat so ein bisschen geklappert, so ein bisschen windig und dann ist es erst dadurch aufgefallen. Das habe ich, ah, okay, das habe ich auch nicht verstanden. Warum kommt denn Wind her? Er hat jetzt ein Fenster, verstehst du? Also, ja, dann kommt da unten Wind rein. Aber eine Sache, an der ich, also das Erste, was mir sofort eigentlich ins Gedächtnis, eigentlich ins Gedächtnis, was mir eingefallen ist, es war eigentlich so, vielleicht war diese Tür nie abgeschlossen. Und man hat ihm erzählt, dass sie abgeschlossen ist. Und zwar gibt es diese Analogie, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe die letztens irgendwo in dem Film gehört, den Film habe ich vergessen. Vielleicht weiß irgendjemand, was relativ aktuell ist, diese Elefanten-Story. Kennt ihr die? Dass man also Elefanten in jungen Jahren anbindet an eine Kette und sie dadurch lernen, nicht weiter wegzulaufen als die Kette. Und irgendwann kann man diese Kette wegmachen und der Elefant rennt trotzdem nicht weiter weg. Nein, ich habe es schon mal gehört. Kurzfassung, in irgendeinem Film war das letztens mal so als Analogie auf den ganzen Span. Mir fehlt nur ein bisschen der Sinn. Also wenn man noch ein Schloss hat, dann... Vielleicht ist es ja kaputt und sie haben halt keinen Schlüssel gehabt und keine Kabelbinder. Was der Teufel war es? Keine Ahnung. Sie haben sechs Jahre lang es nicht geschafft, das Schloss zu reparieren. Ja, dann hätten sie ja... Dann hätten sie... Keine Ahnung, das war nur so das Erste. Vielleicht war das Schloss ja nie zu. Das war immer kaputt. Keine Ahnung. Vielleicht muss jetzt auch Henry zum Schmied ausgebildet werden, damit er dann nach Alexandria reisen kann und das Schloss reparieren. Ja, und das war der Plan after all. Ja, weil die mich schon plant nämlich voraus, die clevere Bitch. Ja, die weiß, dass das alles in Timejumps passiert. Das ist hier wie der Film mit Adam Sandler mit der Vorspultaste. Boah, du guckst Filme mit Adam Sandler. Das ist ewig her. Ja, ja, mit so einem... Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war so schlimm. Ja, wie alle Adam Sandler Filme einfach. Okay, Waterboy war noch gut, aber das lassen wir auch. Aber Henry, Henry war noch ein Thema. Du hast noch ein Thema? Ja, raus damit. Ja, Henry. Die nervigen Teenager. Henry, Henry und seine Teenager-Crew. Ja, stimmt. Ich hatte es vorhin angedeutet, es gibt eine Parallele, die ich nicht gesehen habe, weil ich bei Fear the Walking Dead zur Mitte zweiten Staffel ausgestiegen bin. Also in der dritten Staffel kommt es ungefähr schon mal so vor. Aber gut, es sind einfach Teenager, die nichts zu tun haben in der Zombie-Apokalypse und dann haben sie nichts Besseres zu tun, als sich vor, das Dorf zu schleichen, sich zu betrinken und mit einem Walker in einer Grube zu spielen. Walking Dead, das, Fear the Walking Dead, das war auf der Farm da, ne? Ja, genau. Ja. Aber was haltet ihr denn von der Szene? Also ich finde irgendwie, das waren wieder so ein paar gesichtslose Leute, die ganz plötzlich auftauchen, die noch nie gezeigt worden sind. Und das stört mich immer ein bisschen an Walking Dead, dass da ständig Leute irgendwie reingeworfen werden. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Wollen sie zeigen, dass es halt eine Riesen-Community ist und das Leben auch ohne, also neben unseren Hauptcharakteren funktioniert, dann, aber das brauchen sie doch nicht, weil sie haben doch 70 Hauptcharaktere, mit denen sie irgendwas tun kann. Ja, aber nur wenige Kinder. Wir haben ja, sind ja alles erwachsene Charaktere, mit denen wir beschäftigt sind. Und das sollte wahrscheinlich dem Henry so ein bisschen einen Bezugspunkt geben und zeigen, dass er sich unterscheidet von den restlichen, von der restlichen Jugendgeneration, die da aufwächst. Allerdings muss man fragen, haben diese Idioten keine Aufsichtspersonen, die sich mal ein bisschen um die kümmert, dürfen die so cocky sein, dürfen die so eingebildet und hochnäsig sein, dass die da überall rumrennen, dass keinem mal auffällt, dass die da abhauen und sich irgendwo besaufen und ist denen noch kein Walker in die Party reingelaufen, wo die im Wald Musik anhaben, Licht anhaben und noch keine Herde so angelockt haben, also echt. Und wir müssen uns wieder mal die Frage nach dem Strafsystem eigentlich stellen. Der besäuft sich, wird dann, kommt dann zurück und kriegt eine zweitägige Haftstrafe? Ja, im Ernst? Wofür denn? Das ist ein Teenager, der sich betrunken hat. Ja, das fand ich auch komplett überzogen. Komplett überzogen. Ja, aber wenn man Niegen halt auf einer 6-Quadratmeter-Zelle 6 Jahre lang ohne Auslauf einsperrt, dann scheint das halt so deren Rechtssystem zu sein. Ja, oder genau, letztendlich wird es wahrscheinlich kaum einer machen und wenn einer macht, wird es direkt hart bestraft und auf die Kinder achtet, wie gesagt, keiner. Kein Schwein, keine Aufsichtsperson, die da irgendwie sich um die kümmert und deshalb machen die auch so einen Scheiß. Ich wette, da hängt auch nirgendwo das Jugendschutzgesetz aus. Wie konnten sie nur. Und wer wird jetzt Anführer von Hilltop? Wird das Terra? Aaron. Aaron? Ja, klar. Da gibt's Sinn. Der ist ja schon der Winter Soldier da. Der ist auch ein bisschen der Rick, ne? Genau. Ich hab gehört, in den Comics sieht Rick ungefähr so aus, wie Aaron jetzt aussieht. Ziemlich genauso. Ziemlich genauso, ja. Ja, allerdings. Also wir wissen nicht, wer Niegen rausgelassen hat. Wir wissen aber, dass Niegen noch eine bedeutende Rolle spielt. Ob Niegen vielleicht, also andersrum. Es hätte ja vielleicht ein kurzes Zeitfenster gegeben, wo ich halbwegs gekauft hätte, dass ein Niegen vielleicht ein Alexandria-Anführer werden könnte in einer Notlage heraus. Aber wie du Michael vorhin gesagt hast, absolut richtig gesagt hast, dieses Psycho-Gespräch mit Gabriel passt halt dann gar nicht dazu. Also, so null geändert. Ich mein, die labern miteinander, die tun so, wenn er, keine Ahnung, wenn die jetzt sechs Jahre lang die private Psychotherapie da gehabt haben und der spielt immer noch solche Spielchen oder ist wieder gesund genug, um solche Spielchen zu spielen. Und Gabriel ist dumm genug, um auf solche Spielchen auch noch sechs Jahre reinzufallen. Und sie lassen ihn sechs Jahre da drin. Also da ist, muss schon eine ziemliche Notlage entstehen, damit Niegen zum Anführer wieder wird. Was natürlich auch nicht unwahrscheinlich ist für eine Walking-Dead-Logik. Was glaubst du denn, Andreas? Was machen wir denn mit Niegen? Also ich glaube erst mal, dass sich da irgendeine Story um die Kinder und Niegen entspannt oder erspannt und Michonne zurückkommt und da irgendeine Situation vorfindet, die sie nicht wollte. Also unabhängig davon, dass Niegen draußen ist, das wollte sie auch nicht, aber Niegen macht auch irgendwas mit den Kindern, was Michonne extrem nervt. Und ich glaube dann aber, dass Niegen tatsächlich nochmal eingesperrt wird und dann mit und mit vielleicht sich rehabilitieren darf durch Gespräche und durch vielleicht auch irgendwelche Handlungen, die er macht oder irgendwelche Tipps, die er gibt oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der endgültige Ausbruch von Niegen schon ist. Das ist mehr so ein Fake-Cliffhanger, den uns The Walking Dead wieder als das verkaufen möchte. Ja, das kann gut sein. Ich könnte mir gut vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass er dann auf Judas trifft und sie ihn dazu überredet, wieder zurückzugehen oder dass er für sie zurück in die Zelle geht. Das wäre schon ein bisschen sehr cheesy, oder? Ich wollte gerade sagen, aber Michael, während du es laut aussprichst, muss dir doch klar gewesen sein, dass das jetzt gerade Kappes war. Nö, nicht unbedingt. Wir haben ja schon gehört, also er war kein Kindergärtner, aber er war glaube ich Sozialarbeiter. Das war es, was er war. Und deshalb, ich meine, sie haben es ja auch ein bisschen hervorgehoben, die Beziehungen, die Judas mit ihm hat und wahrscheinlich sein erster Gedanke, er kommt raus, er will sich an Leuten rächen und dann stellt sich Judas ihm im Weg und kann ihm so ein bisschen ins Gewissen reden, weil sie eine Verbindung zu ihm aufgebaut hat. Warum muss ich in dieser Serie eigentlich alles nach einer Einstellung kaufen? Tja, man sagt ja oft, show, don't tell, das macht gute Serien aus. Die machen beides nicht. Die zeigen uns nichts, erzählen uns nichts, wir müssen irgendwas uns dazu denken. Vielleicht ist das die Serie, die besonders die Kreativität ihrer Zuschauer besonders hervorheben möchte. Ist das der Ansatz? Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Fanfiction-Walking-Dead-Herausforderung. Ich habe mich gerade verschluckt, ich habe mich gerade verschluckt, keine Meinungsäußerung gewesen. Haben wir noch irgendwas zu nie? Achso, es gibt noch eine Szene im Trailer, wo man Negan mit einer, ich glaube es ist nicht Lucille, es ist eine Eisenstange, die er in der Hand hat. Ja, das hast du vorhin schon gesagt, haben wir gesagt, vermeintlich in das Judith-Zimmer geht, aber es gibt auch eine Szene, wo er an, die so aussieht, als würde er in Sanctuary gehen. Achso, ja. In Sanctuary? Genauso wie der Trailer zur siebten Staffel ja auch so geschnitten war, dass man komplett falsche Erwartungen dran hatte. Da hatte man ja auch mit einem Flashback in Folge 1 gerechnet und dann war es ja nur eine Traumsequenz mit einem Zeitsprung nach vorne und so weiter. Also da hat man ja, da sind die ja ganz groß im Ankündigen in Trailern von Dingen, die dann so nicht eintreffen. Also im Zeigen von Dingen, die nachher dann nicht antreffen, beziehungsweise eintreffen. Diese Fake-Death-Szenen, die Rick in dieser Staffel durchmachen musste, sind ja auch nichts Neues tatsächlich bei Walking Dead. Ja, das stimmt. Aber du hast vollkommen recht, was diesen Trailer angeht, dass er ja scheinbar beim Sanctuary ankommt und sich da umschaut. Also kann die Theorie, dass vielleicht Judas ihn aufhält da und direkt wieder in die Zelle zurückgeht, kann wahrscheinlich nicht so zutreffen. Vielleicht ist es dann eher so, er bricht aus, er geht rum, er sieht, dass es die Saviors in gar keiner Art und Weise mehr wiedergibt und hat also gar keine Chance, sich wieder mit den anderen zu verbünden und zu sagen, okay, ich bin reuig, komm zurück und schmiedet dann seine Pläne in Alexandria, das so zu übernehmen. Oder das ist die allerletzte Szene dieser Staffel, ja, dass er wieder in Sanctuary geht und dann sowas sagt wie I'm back, keine Ahnung. Das würde mich auch nicht wundern. Zu wem? Zu all seinen Kindern, die er mit seinen Konkubinen gezeugt hat, die jetzt alle sechs bis acht Jahre alt sind. Eine kleine Kinderarmee. Gut, für den Sozialarbeiter Nien würde eine kleine Kinderarmee durchaus Sinn ergeben. Dann nennt er es nicht mehr Sanctuary, sondern Kindergarten. Oh Gott. Ach, die sollten mich Drehbücher schreiben lassen. Ich würde fantastisch im Augenblick Drehbücher schreiben. Viel bekloppt, da kann er nicht mehr werden. Gar kein Problem. Zum Thema viel bekloppt, da kann es nicht mehr werden, muss man ja noch über den Haupthandlungsplot sprechen. Ja, fandst du den bekloppt? Also, nee, eigentlich fand ich es, also ich muss da Michael zustimmen, eigentlich fand ich es seltsam gruselig. Obwohl so vieles da eigentlich so ein bisschen komisch war. Also du hast eben schon angesprochen, der Friedhof war seltsam. Diese Szenen, wie Daryl versucht, diese Walker-Armee irgendwie immer anzuleiten und es nicht schafft. Erst durch den Wecker und dann durch die Böller und dann durch Hund, Hund den Hund. Und ja, keine Ahnung. Also es war alles ein bisschen Comedy, finde ich. Aber trotzdem hat es funktioniert, dass in mir wirklich so ein kleines Horrorgefühl wieder aufkam. Dass ich, glaube ich, das letzte Mal, keine Ahnung, wann hatte ich das denn? Irgendwann in der ersten Staffel in Alexandria oder sowas. Es ist ja auch so, also ich meine, das Horrorgefühl passt ja auch dadurch super, dass sie sich auf dem Friedhof eingekesselt, selbst eingekesselt haben. Was natürlich auch ein bisschen selten dämlich ist, da reinzurennen, ohne zu wissen, wo es wieder rausgeht. Aber ja, der Friedhof und die ganze Atmosphäre und vor allem dieses Bedrohungsgefühl, dass da diese Walker, ich warte darauf, dass endlich irgendwer mal Zombies sagt. Irgendwer in dieser verdammten Welt muss doch mal Zombie-Filme gesehen haben und Zombies sagen. Die suchen sich irgendwelche anderen Begriffe dafür immer aus. Ganz egal, ich schweife ab. Alles wurde dafür vorbereitet, ein Mysterium aufzubauen. Und Horror ist ja immer auch so ein bisschen die Unkenntnis, irgendwas zu haben. Beziehungsweise wir als Zuschauer wissen was, was die Figuren nicht wissen. Aber hier werden wir so halb im Dunkeln gehalten und rennen quasi mit den Charakteren vor etwas weg, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Und das macht dieses Unwissende, dieses Fragende, dass wir ein Element da drin haben, was wir noch nicht kennen und worüber selbst die Hauptcharaktere diskutieren. Dann kann es nicht eine Weiterentwicklung sein, wo man sich denkt, sie sagen es ja schon selber, so abwegig ist es ja gar nicht in einer Welt, wo die Toten rumrennen. Wieso sollten die Toten sich dann nicht in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln? Und dieses Mysterium hilft dabei, ein bisschen Horror aufzubauen, plus dem Schnitt und dem Sound, den sie anwenden, was wie gesagt in dieser Episode für mich wunderbar funktioniert hat. Obwohl es eigentlich fast alles nur Setup für die große Auflösung war. Oh, die Walker sind keine Walker. Aber es war eigentlich ein bisschen schade sogar, dass die diese Maske dann aufdecken. Also ich kannte die Whisperers so nicht. Ich habe halt den Namen gehört, aber wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und hätte mir das schon vorstellen können, dass das Mysterium irgendwie mit einer Weiterentwicklung der Walker zusammenhängt. Das heißt, für mich wäre das ein richtig guter Cliffhanger gewesen. Also hier, Dings wird abgestochen, Jesus wird abgestochen und dann geht's raus. Also wir merken, plötzlich kann ein Walker ein Messer bedienen. Ja. Okay, krass. Das wäre für mich ein guter Cliffhanger gewesen. Da hast du ja das Problem, dass diese Serie einfach keine Geheimnisse für sich behalten kann. Die schaffen es einfach nicht. Liegt wahrscheinlich auch an der Comicvorlage dann. Sie schaffen es einfach nicht. Also ich weiß aus gut unterrichteten Fankreisen, dass die Nummer mit Jesus schon eigentlich schon im Sommer unter gut informierten Fans schon bekannt war. Naja, ist halt das Internet heutzutage. Da kann man selten was geheim halten. Ja, aber andere sehen es auch. Wir leben auch so ein bisschen in unserer Blase und ganz viele Leute gucken sich das eben so an, dass sie eben keine Ahnung haben, was es irgendwie für Wendungen und Wirrungen und irgendwelche Sachen, die wir vielleicht schon wissen, weil irgendwelche Schauspieler nicht mehr unterschrieben haben oder sowas. Das wissen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht, die das gucken. Ich merke das immer wieder bei Discovery, wo sich wirklich Sachen für uns extrem ankündigen, die dann irgendwann gewendet werden. Und trotzdem sind die Reaktionen, also man kann sich ja Reaction-Videos auf YouTube angucken von Leuten, die extrem überrascht reagieren und schreien vor Überraschungen und sowas. Und das ist für mich immer so ein bisschen unverständlich. Aber das ist wahrscheinlich dieses Filterblasen-Problem. Ganz kurz mal off-topic, es gibt Reaction-Videos zu Discovery, wo Leute schreien und nicht vor Entsetzen. Ich dachte, Reaction-Videos bei Discoveries bestehen aus Menschen, die schnarchen. Entschuldigung, ich habe irgendwas im Hals. Ist das nicht so? Glaubt ihm kein Wort, hört doch bitte mal Discovery-Panel, dann merkt ihr, wie toll Discovery eigentlich sein kann. Wir machen selber einen Podcast dazu und es fällt uns manchmal sehr schwer, etwas Nettes dazu zu sagen. Und meine Mama hat mir gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag am besten gar nichts. Deswegen dauern eure Podcasts dann fünf Minuten. Also manchmal haben wir echt Probleme. Also bei Discovery haben wir, glaube ich, immer so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, 25 Minuten. Aber in der siebten Staffel von The Walking Dead haben wir echt ein Problem gehabt, auch nur zehn Minuten vollzukriegen. Ja. Ja, aber habt ihr nicht das Gefühl, dass dieses Tal jetzt durchschritten ist? Definitiv. Ich habe das Gefühl, die neunte Staffel ist besser. Deswegen feiere ich auch diese Staffel, weil es mir Hoffnung gibt. Sie gibt mir Hoffnung. Ich mag ja diese Serie, ich möchte sie ja mögen, ich möchte ja weiterhin gucken. Ich habe ja Hoffnung, dass da noch was draus wird. Aber ich setze meine Hoffnung nicht auf die Ispar. Ich setze meine Hoffnung auf Georgie, Maggie und diese Plot. Wer sind denn deine Lieblingsfiguren grundsätzlich? Von denen, die jetzt noch übrig sind, natürlich. Naja, das ist halt so ein Grundsatzproblem, dass die halt alle scheiße sind irgendwo. Ja, also ich meine, es ist ja, diese Serie ist ja nicht so drauf angelegt, wie jetzt eine Star Trek Serie, wo du eine Crew hast, mit der du irgendwann warm wirst. Ja. Sondern die Serie ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, 70 Castmember haben einen Namen und wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Ja, und diese Serie verwirrt dich einfach auch permanent. Ganz oft in diesen Gefechten gegen das Sanctuary, wo plötzlich irgendjemand länger im Bild war als üblich und du dir denkst so, muss ich den jetzt kennen? Uch, da ist er tot. Wo ist das denn? Genau. Hätte ich den jetzt kennen müssen aus irgendeiner Folge von vor drei Staffeln vorher? Oder warum wird mir der jetzt irgendwie drei Sekunden länger gezeigt? Und dann gibt es halt Folgen, die handwerklich im Schnitt so schlecht sind, dass du in der Retrospektive diese Szenen dann denkst so, das war wahrscheinlich keine Absicht, es war einfach nur beschissen geschnitten. Oh ja, habt ihr in dieser Staffel denn darüber gesprochen, über das CGI bei Ricks Flashbacks? Meine Güte. Ja, wir haben ein bisschen über die Brücke gelästert. Und über die Hubschrauber. Als er mit dem Pferd irgendwie da so rumreitet und teilweise in alte Szenen geschnitten worden ist, boah Gott, es gibt ja diese Grundaussage, wenn man CGI sieht, dann ist es kein gutes CGI. Das hier war extrem schlechtes CGI offensichtlich. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Reh erinnert aus Staffel 7, glaube ich. Oh ja, das Reh, da habe ich heute noch Albträume von. Wenn man das doch nicht kann, warum merkt man das denn nicht und lässt es einfach weg? Ja, es ist wie bei allen Effektsachen ist die Frage, woran es lag. Ob es jetzt am Ende am Budget lag, an der Zeit, die die Produktion da reinsetzen durfte. Weil selbst schlechtes, also solange man ein einigermaßen gutes Model hat, und das behaupte ich jetzt mal, die sind alle nicht schlecht, kann man total viel aus CGI nach rausholen, wenn man Zeit dafür hat, wenn man Rendering-Zeit dafür hat, um das gut aussehen zu lassen. Und da frage ich mich manchmal, woran es hier hapert, weil ein Budget haben die ja ein recht großes. Ob die das Budget mittlerweile für die ganzen 74-Mann-Casts ausgeben und dann nichts mehr überhaben, um drei Minuten einen Effekt rauszurendern. Weil selbst das, was wir da sehen, diese Brücke mit dem Model, also ich weiß nicht, ob ihr diesen VFX-Reel davon gesehen habt, was dahinter steckt, ist schon viel. Aber scheinbar wurde nicht genug Renderzeit oder irgendwas anderes da reingesteckt, um das gut aussehen zu lassen. Ja, aber da soll man doch mal die Jungs von Cobra 11 fragen, die können so eine Brücke doch perfekt sprengen und dann müssen sie gar kein CGI benutzen. Und das habe ich mich bei dem Reh damals zum Beispiel auch gefragt. Wie viel kostet es denn wohl, einfach so ein normales Reh da hinzustellen? Das wurde ja noch nicht mal von den Zombies gefressen und es wurde nur verjagt. Dann nehme ich Stop-Futage. Oder vielleicht wurde es auch überwältigt, aber auch das kann man ja irgendwie, das kann man ja vielleicht noch durch Schnitttechnik machen. Aber einfach ein normales Reh hinzustellen, das kann ja nicht so teuer sein. Ja, hier ist es dann so. Viele der Entscheidungen, die dann getroffen werden für sowas, ich weiß nicht, ob das Reh jetzt von Anfang an immer da drin war, werden nachher getroffen. Und die Philosophie vieler Filmemacher ist leider heutzutage, we fix it in post. Und das klappt nicht immer. Vielleicht haben sie keinen Tiertrainer dafür bekommen, vielleicht hatten sie auch nicht, vielleicht war das ganze Ding sogar so viel Greenscreen, dass uns nur das schlechte Reh aufgefallen ist. Das kann auch sein, aber meistens wird sowas eher erst nachher reingehauen und nachher ist dann keine Zeit mehr dafür da, um das ordentlich aussehen zu lassen. Okay, also we fix it in post, aber nicht so richtig, ja? Genau. Tja. Ah ja. Diese Serie macht teilweise einfach betroffen. Aber das soll jetzt nicht wieder so klingen, als würden wir nur rumschlagen. Trotzdem möchte ich mal auf dieses Konzept dieser Whisperer zu sprechen kommen. Das erschließt sich mir nicht. Ich verstehe den Sinn darin nicht. Also habe ich schon in den Comics nicht verstanden. Wo ist der Sinn darin, sich diese Kappen überzuziehen und schlurfend durch Amerika zu stiefeln? What's the point? Also erstmal ist es ja eine konsequente Weiterentwicklung von diesem, wir reiben uns mit Walker-Teilen ein Konzept. Was ich ja grundsätzlich ganz gut finde, was ich ja immer denke, warum haben sie das nicht viel öfter gemacht? Weil damit kommt man ja quasi aus jeder brenzligen Situation so ziemlich raus. Sogar mit irgendeinem kleinen Keksjungen, der an der Hand läuft. Also das funktioniert ja schon. Und bei den Whisperers stelle ich mir aber auch noch ganz viele Fragen, die du eben auch noch gerade aufgeworfen hast. Also wie essen die? Wann essen die? Wie leben die? Leben die die ganze Zeit in dieser Herde? Das ergibt keinen Sinn. Da kann ein Mensch nicht drin überleben. Wie schotten sie sich von der Herde ab? Läuft die Herde dann nicht die ganze Zeit mit? Oder ist das, wenn sie ganz still sind und zur Seite gehen, dann für die vorbei? Wann schlafen die? Wann kacken die? Und wann infizieren die sich mal nicht mit dem Zeug von den Zombies? Ich nenne sie jetzt einfach weiter Zombies. Wann infizieren die sich mal nicht? Weil letztendlich kommt doch durch jede Wunde, die man da hat oder durch jeden Biss oder irgendwas Offenes. Man muss sich ja nur eine Schramme holen und schon ist man mit dem Zombie-Virus noch härter infiziert, als man sowieso ist. Die müssten doch bei der kleinsten Verletzung alle direkt sich in Zombies verwandeln. Ist das so? Ich bin mir nicht so sicher. Das funktioniert ja. Nein, nein, du kannst gekratzt werden oder Blut schlucken, da passiert nichts. Aber wenn du gebissen wirst, dann bist du des Todes, außer die hacken dir den Arm ab. Das macht keinen Sinn. Offensichtlich infizieren sich nur Bisswunden, habe ich auch so verstanden. Genau. Sonst kannst du dich mit Gedärmen einreiben, ist egal. Ob du dabei was schluckst oder so. Ich meine, Magensäure ist ja auch ein Wunderwerk der menschlichen Evolution. Du musst gebissen werden, explizit gebissen werden. Ich wage sogar die These aufzustellen, wenn man noch diskutieren kann, ob es ein Biss war, bist du noch fein raus. Könnte auch ein Glutsfleck gewesen sein. Okay, man muss gebissen werden, ist so gekauft. Trotzdem beantwortet das die ganzen anderen Fragen nicht, die sich aus so einem Lebensstil zwangsläufig entwickeln. Ich hoffe mal, dass sie uns beantwortet werden. Du sagst, die Anführerin heißt Alpha? Alpha, ja. Ich habe das Gefühl, die Macher haben irgendwas mit A und Alpha so am Laufen. Also der Hubschraubertyp sagt A, der Daryl lief da im Sanctuary, als er da gefangen war, mit so einem A-Pullover rum. Und am Anfang kommt auch irgendwann nochmal das A vor. Also ich habe irgendwie, hat das einen tieferen Sinn oder sollte uns das nur einen tieferen Sinn vorgaukeln? Ich hoffe, ich möchte, dass es einen tieferen Sinn hat. Ich möchte, dass diese Macher der Serie von Anfang bis Ende einen Plan hat. Genau, dass jedes A seit Terminus einen Sinn hat. Daran möchte ich glauben. Ist das nicht vielleicht eher so eine Anspielung auf Scarlet Letter, der scharlachrote Buchstabe? Puh, da musst du mich mal abholen, ich kenne den Film nur vom Namen. Das ist ein altes Buch, ist ein Klassiker, was ich nie gelesen habe, aber es gibt auch den Film mit der Frau aus Spider-Man und Zombieland, Emma Stone. Komm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, worum es da geht. Mir kommt es nur jetzt gerade ins Gerächtnis, dass es den scharlachroten Buchstaben gibt. Ja, aber diese A's waren nie rot. War der scharlachrote Buchstabe denn ein A? Es ist ein A. Es ist auf jeden Fall ein A. Okay. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es eine Anspielung. Ich habe jetzt mal Wikipedia auf, das ist ja interessant. Also, ich lese mal ganz kurz vor, so viel Zeit müssen wir ja haben. Ah, sehr gut, ich lese mich mal zurück hier. Die Handlung des Romans spielt in einer strengen, gläubigen Siedlung in Neuengland zu Zeiten des amerikanischen Puritarismus, also gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Horson erzählt die Geschichte der Ehebrecherin Hester Pryne, die trotz öffentlicher Anprangerungen den Vater ihres illegitimen Kindes nicht nennen will. Langweilig. Ich komme sofort zu dem A. Ihr Ehemann gilt zunächst als, auf Seeverschollen in Klammern, zur Strafe muss sie jederzeit ein scharlachrotes A auf ihrer Brust tragen. Der Leser erfährt bald, dass es sich beim Vater des Kindes eine Tochter namens Pearl, bla bla bla. Doesn't make any sense. Genau, aber vielleicht ist es ja, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Anspielung auf diesen Klassiker, der schon 1850 erschienen ist. Nein, ist es nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nein, ist es nicht. Weil, also, ich hoffe mal, dass es was mit dem A und B aus dieser Community zu tun hat, mit den Hubschraubern. Das war ja auch genau der Punkt, den ich mit den Hubschraubern seit Jahren ein Problem mit habe. Die sehen einen Hubschrauber und das erste, was jeder Mensch machen würde, ist, Leute, ich habe einen Hubschrauber gesehen. Keiner tut es. Keiner tut es. I don't get it. Ja, sie bewegen sich ja allgemein nicht mehr so viel irgendwie aus ihrem, was soll es sein, Georgia, Atlanta, glaube ich, ne? Nee, 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 nee. Da wir ja in dem Museum in Washington sind und es in der Nähe von Washington an Alexandria gibt, müssen wir irgendwo da in der Ecke sein. Aber alle Counties, die genannt werden, sind fiktiv. Ja, keine Ahnung, also, ich habe ja immer noch das Gefühl, es gibt irgendwo eine Militärbasis und ich bin auch gespannt, was wir in diesen Filmen sehen werden. Also, wo soll denn jetzt Rick hin? Offensichtlich, also, ich habe ja gehört, dieser Schauspieler hat gesagt, er möchte nicht mehr so viel Zeit in den USA verbringen, wo das gedreht wird, weil er Engländer ist. Meint ihr dann, sie zeigen uns Europa? Nee. Haben wir schon darüber diskutiert. Chris meint, es ist unwahrscheinlich, aber ich fände es ganz spannend, wenn wir mal darüber geflogen werden. Vor allen Dingen, da es ja scheinbar noch Flugzeuge, wenigstens Hubschrauber gibt und da ist es die Vermutung naheliegend, dass wenn irgendwer Hubschrauber warten kann, auch Flugzeuge gewartet werden können. Das wäre aber doch eigentlich ein total cooler Kniff, wenn das Ganze sich in einem riesigen, also so wie in The Village quasi, das Ganze spielt sich in einem riesigen Reservat ab und Leute können das quasi zugucken. In diesem Reservat ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, aber rundherum ist alles noch in Ordnung. Ja, das wäre schön. Und jetzt, wo wir gerade das mit den Flugzeugen ansprechen, ich meine, dann hatten wir ja auch das Foreshadowing mit Judith und ihrer Mathe-Aufgabe. Also wird Judith auf jeden Fall noch in einem Flugzeug fliegen. Ja, siehst du? Was ist ein Flugzeug? Genau, das hast du doch noch gefragt. Übrigens, ich musste gerade dran hängenbleiben und ich habe mal zwischendurch gegoogelt. Es gibt Artikel über das Thema der Buchstabe A in The Walking Dead und da wird auch gesagt, dass es eine Anspielung auf den scharlachroten Buchstaben dieses Buch sein könnte, weil es einfach ein großes Werk der amerikanischen Literatur ist. Hast du den Artikel selbst geschrieben, oder? Nein, er ist auf, wie heißt die Seite? Fansided. Also großes Portal auch hier. Es gibt aber, also wenn man einmal googelt Scarlet Letter und Walking Dead, wird schon einiges darüber gesprochen, was das damit zu tun haben könnte. Gut, dann 1 zu 0 für dich, wenn noch was rauskommt, auch von mir aus 2 zu 0. Jesus ist tot. Was machen wir jetzt damit? Ist das jetzt irgendwie was, wo wir sagen, oh mein Gott, Jesus ist tot. Oder war das so der, also ihr habt ja vorhin schon angedeutet, das wäre wohl der Sinn oder der naheliegendste Tod gewesen. Und der Schauspieler wollte auch raus. Ja, er wollte raus, weil seine Rolle so ein bisschen sinnlos war, ne? Also, wenn man ihm jetzt ein bisschen mehr Rolle gegeben hat. Ich glaube, das Problem an Jesus war von Anfang an Daryl, oder? Weil Daryl kommt doch offensichtlich in diesen Comics nicht vor und ist bestimmt so ein bisschen sehr so, wie Jesus in den Comics ist, oder? Das könnt ihr mir vorstellen. Kein Plan. Nee, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Also, nö, würde ich jetzt, also, ich verfolge ja auch so durchaus rechts und links ein bisschen was, aber dass jemand gesagt hätte, dass die Rolle von Daryl und Jesus irgendwie so geteilt wird oder Daryl in Jesus aufgeht und umgekehrt, nee, eigentlich nicht. Also, dann eher Henry, der zu Karl wird, ja, also, weil Karl ja noch nicht tot ist in den Comics, solche Sachen. Aber, nee, das eigentlich jetzt eher weniger. War auf jeden Fall für mich ein Empathieträger. Ich finde es nicht so toll, dass er gestorben ist. Das hat mir wehgetan. Aber, wie gesagt, das ist ja auch ganz schön. Ich setze jetzt relativ viel auf Aaron tatsächlich. Den mag ich ganz gerne. Und ich finde, der hat auch ganz, ganz kluge Ideen. Und es hat auch mal einen netten Spruch drauf. Sidiq gefällt mir noch ganz gut. Ja, und vielleicht kommt Daryl auch irgendwann mal wieder klar. Also, ich habe das Gefühl, der dreht relativ stark ab. Vielleicht gibt er seinem Hund irgendwann mal einen Namen. Und wir können dann vielleicht mal Daryl wieder in einer sinnvollen Position sehen. Also, Norman Reedus hat ja für die nächsten drei Jahre unterschrieben. Heißt nicht, dass er nicht irgendwann auch mal gekillt wird. Das kann ja immer noch vorkommen. Aber ich glaube, die Showrunner wollen ihn so ein bisschen zum Ersatz-Rick aufpushen. Ja gut. Ersatz-Rick der letzten drei Staffeln, dann kann er auch wahnsinnig bleiben. Das ist auch kein Problem. Aber ich fände es schön, wenn die nochmal ein bisschen normaler werden alle. Also, ich habe immer das Gefühl, diese absoluten Freaks, wie es Rick auch in den letzten drei Staffeln war, wo er teilweise überhaupt nicht mehr, also man wusste ja zwischendurch nicht mehr, wer sind eigentlich die Guten für das, was er so alles gemacht hat. Also, Carol hat mir dann immer gefallen. Ezekiel hat mir immer gefallen. Ja, und Daryl dreht gerade relativ stark ab. Dann, ich weiß nicht, mit wem ich da sympathisieren soll auf Dauer. Tja, das ist ja eben das Problem. Du hast halt diese ganz, ganz vielen Charakter. Du weißt nicht, mit wem du sympathisieren sollst. Es wird dir dauernd immer jemand vorgesetzt, wo du denkst, so, ah, den musst du jetzt für eine Folge mögen, damit dir dein Tod irgendwie nahe geht. Dann siehst du Jesus die ganze Zeit nicht. Huch, er ist tot. Ach so, scheiße, ich hätte ihn jetzt doch irgendwie. Ja, das ist halt so, hm, es ist zu viel, keine Ahnung, viel Feind, viel eher so ungefähr. Also, es passt irgendwie alles nicht so ganz. Was haltet ihr von der neuen Gruppe? Ich mag Luke, auch wenn er zu fett ist. Klischee, für mich einfach nur so Klischee-Charakter. Die Böse, die Behinderte, nichts gegen Behinderte, der Quotendicke, Trottel, bla. Hm, haupt mich noch nicht so um. Also, ich finde den Luke ganz nett, so, als Schauspieler, weil ich den bei Fantastische Tierwesen ganz nett fand. Aber, hm, haupt mich nicht so um. Und Magna gibt mir einen auf den Sack. Ich finde beeindruckend, wie nervig Magna für mich jetzt schon ist. Danke, danke, genau, ja. Das ist unglaublich. Das hat zwei Folgen gedauert. Da habe ich schon gedacht, ich hasse dich. Geh weg. Das ist unglaublich. Die anderen, die anderen finde ich ganz okay. Also, wenn die sich irgendwie, wenn die irgendwie untergehen in der Masse. Ich finde auch die Idee, dass einer eben nur mit Zeichensprache kommunizieren kann. Ich glaube, Conny heißt die, ne? Finde ich auch ganz okay. Aber Magna? Ich habe auch diese ganzen, die ganzen Aufruhr da nicht verstanden. Also, ja, die war schon mal im Gefängnis. Gibt es irgendwen, der in dieser Zeit, nach sechs Jahren, nee, wie weit sind wir denn jetzt? Nach zehn Jahren Zombie-Apokalypse, der dann noch unschuldig ist, der keinen Dreck am Stecken hat? Eigentlich nicht, oder? Ja, aber da musste halt mir schon mal ihr Fachwissen rauskennen. Hey, der hat ein Tattoo, das kenne ich. Ich fand es auch albern. Als ob das noch irgendeinen juckt. Genau, vor allen Dingen nicht, nachdem hier Merle und so dabei waren, ne? Oh Gott, Merle. Ich habe schon wieder völlig vergessen. Merle heißt jetzt Yondo und fliegt ein Raumschiff. Ja, da ist er ja auch schon draufgegangen. Der hat auch kein Glück. Nee. Der hat echt kein Glück. Übrigens von wegen draufgehen. Ich meine, er ist jetzt kein Charakter, der vielleicht immer in allen Filmen gekillt wird, obwohl er meistens den Bösen spielt, der Michael Rooker, der den Merle gespielt hat. Aber da fällt mir gerade Sean Bean ein von Game of Thrones, der ja im neuen Hitman-Spiel extra mal einen gespielt hat, der gekillt werden soll und auch Freude daran hatte, so einen zu spielen, weil er sich bewusst ist, dass er in der modernen Popkultur immer als Charakter immer als Charakter getötet wird. Ja, ich finde es großartig. Das stimmt. Das stimmt. Sean Bean kann auch wirklich niemals mehr einen Charakter spielen, der überlebt. Nee. Der Zug ist für ihn abgefahren. Andreas, du hast gesagt, du hast Redebedarf über diese Staffel. Ist er gestillt oder muss da noch was loswerden? Nee, also ist größtenteils gestillt. Ich finde es schön, dass ihr das genauso seht wie ich, dass wir nach diesem Tal der siebten und achten Staffel, die echt so ziemlich gar nichts zu sagen hatten und irgendwie, ja, The Great War, aber wir haben den The Great War eigentlich nie gesehen, sondern sind immer von A nach B gelaufen, hatten viel zu viele Handlungsorte. Ich finde, dass es in der neunten Staffel besser geworden ist. Wir haben weniger Handlungsorte, zumindest, dass das Sanctuary aufgegeben ist. Okay, jetzt habt ihr gesagt, das kommt wieder, aber grundsätzlich finde ich das eine schöne Nummer. Ich finde auch gut, dass wir nicht so viele in Oceanside sind, weil ich einfach mich mal ein bisschen auf ein paar Punkte konzentrieren möchte. Der Junkyard ist ja Gott sei Dank größtenteils aufgegeben worden. Die Szenen fand ich so ziemlich die schwächsten der Staffel, wenn Jadis, die ja jetzt irgendwie Anne heißt, mit Gabriel da irgendwas rummacht. Das fand ich auch komisch irgendwie, aber die sind ja jetzt alle weg. Ja, ich will mal mehr so ein bisschen das normale Leben sehen und ich weiß nicht, warum wir da nicht endlich mal hinkommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir da hinkommen am Anfang dieses Soft Reboots und das hat mir gefallen. Und jetzt ist mir wieder ein bisschen zu viel Drama. Also ich hoffe, dass sie das mit den Whisperers noch so ein bisschen aufheben und wir in der zweiten Halbstaffel noch ein bisschen normales Leben zwischen Alexandria, Hilltop und Kingdom sehen. Dass wir diesen Fair da sehen, den Michonne zwar irgendwie absagen möchte, aber der ja trotzdem stattfinden wird in Hilltop. Ja, und dass wir so ein bisschen Handel sehen. Und wie kommt man denn auf Dauer klar? Und wie baut denn das Hilltop eigentlich weiterhin seine Landwirtschaft aus? Was kann das Kingdom beitragen? Was kann Alexandria beitragen, damit das alles einigermaßen funktioniert? Das würde ich gerne sehen. Ja, da hast du vollkommen recht. Vielleicht haben wir in der letzten Folge genau darüber gesprochen, dass es doch auch mal spannend wäre, in einer postapokalyptischen Welt das mondäne Leben zu sehen. Ein bisschen Storyaufbau, ein bisschen Charakterentwicklung, ohne dass es alles wieder direkt scheiße wird, in eine Tonne gekloppt wird. Da hätte doch Walking Dead in diesem Reboot die Chance gehabt, schön was aufzubauen. Aber wie du gerade gesagt hast, die Chance dafür steht wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich eher gering. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Es geht weiter am 11. Februar in den USA, am 12. Februar bei uns. Dann werdet ihr uns ungefähr zwei Wochen später auch wieder hören mit Dead Nerds Talking. Lieber Andreas, dich kann man auch öfters hören. Ich habe gehört, ihr habt einen Adventskalenderlein. Wir haben einen Adventskalender, genau. Also ich weiß nicht genau, wann wir hier jetzt mit Dead Nerds Talking erscheinen. Aber genau, ihr könnt uns quasi jeden Tag im Dezember bis zum 24. Dezember hören. Dann machen wir eine kleine Winterpause im Discovery Panel. Und wenn Walking Dead in die zweite Halbstaffel geht, dann ist Discovery schon mittendrin in der zweiten Staffel. Oder zumindest in der ersten Hälfte der zweiten Staffel. Die könnte dann schon fast wieder vorbei sein. Und die werden wir dann wöchentlich besprechen im Discovery Panel. Und außerdem gibt es jede Woche irgendeinen Star Trek Inhalt. Wir machen ab und zu mal eine Newsfolge. Wir gucken ab und zu mal Lieblingsfolgen. Wir haben noch ein paar Gäste eingeladen. Vielleicht kommt ihr auch nochmal vorbei im Discovery Panel. Oh ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das könnte sehr lustig werden. Als Antipoden quasi. Ja, als Antipoden sozusagen. Die andere Hälfte vom Discovery Panel, die könnt ihr bei uns in einer anderen Folge hören. Nämlich die guten Sebastian. Der hat mit mir in einem epischen zweistündigen Podcast. Ich weiß, das übersteigt die durchschnittliche Hörerzeit um ein Vielfaches. Aber gebt es euch mal. Wir haben zwei Stunden lang über das Boot geredet. Über die alte Serie. Und wir werden demnächst noch eine Folge machen über die neue Serie. Und so viel kann ich schon mal sagen. Wir wollten mehr Folgen machen. Wir machen ja jetzt nur eine. Okay. Alles Weitere dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne. Andreas, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder auf einer Con. Bestimmt. Und in diesem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat, dann schreibt doch eine E-Mail an info at nerdizismus oder geht auf nerdizismus.de und kommentiert es. Oder schreibt es bei Facebook, Twitter und Instagram unter die Folge. Und was auch immer wieder vergessen wird, was ich euch auch hier nochmal ans Herz legen möchte. Bei jeder Folge haben wir ein kleines Abstimmungsmodul auf unserer Seite. Da könnt ihr also auch mal einen Klick lassen. Da braucht ihr nichts schreiben. Könnt ihr einfach sagen. Super. Scheiße. Wie auch immer. Wie es euch gefallen hat. Da freuen wir uns auch über Feedback. Und jetzt schmeiße ich noch kurz was rein. Mir ist nämlich was eingefallen. Eine wunderbare Idee. Wer diese Folge bei uns völlig einfach irgendwas kommentiert, bei Vero, der gewinnt eine Star Wars Rebel DVD. Der Punkt ist, bis ich mitkriege, dass bei Vero einer kommentiert hat. Jetzt verpflichtest du mich damit, regelmäßig bei Vero reinzugucken. Kannst du mir doch nicht antun. Hast du keine E-Mail-Benachrichtigungen dafür? Die müsste ich ja einschalten, aber das möchte ich nicht. Kann ich da auch mitmachen, Michael. Ich möchte das nicht. Wer bei Vero kommentiert, außer den hier Teilnebenden, der kriegt eine Star Wars Rebels DVD. Wieso hast du noch eine Star Wars Rebels DVD? Ich habe die irgendwo mal gewonnen und habe mir die nie angeschaut. Deshalb könnt ihr gerne haben. Der Michael wird sie auch noch handsignieren. Also ihr kriegt eine handsignierte Star Wars Rebels DVD vom Nerdist Michael. Wenn das nichts ist, ist alles, was ihr tun müsst, ihr müsst auf Vero kommentieren. Und ich muss mich daran erinnern, dass ich mal innerhalb der nächsten Wochen da mal reingucke. Das Gewinnspiel geht nur bis 24.12.2018 so. Damit das auch irgendwo mal ein Ende hat. Kann ich dann jetzt mal einen Rausschmeißer machen? Mach mal einen Rausschmeißer. Gut, alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns gehört habt. Wann und wo ihr uns gehört habt. Macht es die Orte bis die Tage. Ich bedanke mich bei meinen Mitdiskutanten Andreas. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Michael, dich höre ich sowieso leider öfter, als es mir lieb ist. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.